Hey Leute und willkommen hier zurück zu Let's Play Mario Kart 8, wie immer mit mir dem Zelda-Ben, ne Quatsch, in dem Fall dem Mario Kart-Ben. Ja, in den letzten beiden Parts haben wir uns dem Blumencup und dem Pilzcup gewidmet, das hab jetzt schon, ja aufgrund schulischer Sachen schon so lange nicht mehr gespielt, also von daher muss es wieder selbst ein bisschen reinkommen. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt den nächsten Cup im 150er vor uns, ich hab die Idee, dass wir einfach mal Metall Mario nehmen, weil der ist ja auch einer meiner Lieblingsfiguren, vielleicht Dirmis Droschke, oh, ist doch ein nettes Fahrzeug eigentlich, hat, sag ich mal, naja, also, können das ja mal ausprobieren, ne, mit dem Knopf als Rädern und dann vielleicht, Joa, wie wär's mit dem Feist-Hörnzchen? Ja, genau, wir haben uns dem Pilzcup und dem Blumencup gewidmet, soweit es weiß, dann würde ich mal sagen, werden wir uns in diesem Part mal dem Panzerkup widmen, ne? Und mal gucken, ja, ich denke, drei Sterne erster Platz, überall müsste drin sein, ich meine, ist ja jetzt nix Neues und von daher, denke ich mal, dass das klappen wird. Hm, okay. Die Kumu-Weide, wie wunderschön. Na dann. Und auf geht's. Drei, zwei, eins, go! Joa, bis jetzt läuft's doch ganz gut, ne? So, und, zack, nimm du mal den, sehr schön, ja, erster Platz, gut, das gefällt uns, so, alles klar, und einmal hier, sehr nice. So, was passiert? Ach, so ein Scheiß aber auch. Ja, naja. Solange wir erst da bleiben, ist alles in Ordnung. So, okay. Müssen die Kuh reinfahren, das wäre äußerst blöd. Ach, ja, ist das nix süß. Metall Mario, mit. Wie so zum Teufel, driftest du in die falsche Ristung? Ah, jetzt kriegen wir nen scheiß Stachy ab. Da, das ist doof. Und noch nen Panzer. Oh. Jetzt sind wir vierter Platz. So eine Kacke aber auch. So, komm, das holen wir ein. Dies holen wir ein. Und du auch. Sehr schön. Läuft doch. Ah, hier haben wir zu früh gedriftet. Kann das sein? Joa. Oh. Das hätte ein bisschen, naja, hätte man eleganter rumfahren können. Und was ist denn mit meinem, was ist mit meinem, was ist mit meinem Fahrstil heute los, ne? Kann man irgendwie selbst nicht nachvollziehen. So, jetzt bleib erst da, wenn's irgendwie geht. Wir wollen ja schließlich. Nein. Nein. Bitte, 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 bitte. Ah, nein. Alter Scheiße. Jetzt hat er uns einfach überholt. Alter Yoshi, ne? Dies rasier ist beim nächsten Mal. Oh, Mann, 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 Mann. Ist ja kaum zu fassen, ne? Und er dachte, es würden drei Sterne drin liegen. Oh. Naja. Egal. Hauptsache ein bisschen Spaß, ne? Auch ihr als Zuschauer. Gut, GBA, Marios Piste, läuft doch. Na dann. So, Yoshi. Du hast dir die schlimmste aller Strafen verdient, die es mir nur vorstellen kann. So, na, komm schon her. So, komm. Zumindest fünf Münzen. Sehr schön. So. Upsi. Zack. Na, Mario. Willst du uns erholen, erwart? Du kleiner Schlingel. Oh, wow, wow. Das war bescheuert. Ja, man merkt schon, dass ich, sag ich jetzt mal, schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gespielt habe. Und ist das jetzt irgendwie so ein bisschen nachholen muss. Mit, ja, mit ein bisschen Mühe. So. Kriegst du dein Fett ab. So, und? Wie sieht's mit Yoshi aus? Ja. Der ist ein bisschen hinten dran, ne? Soll er auch so bleiben. So. Na, komm schon. Jetzt überhol den, Mensch. Verdammte Hacke. Es kann noch nicht so schwer sein. Nein. So. So. Sehr schön. Da haben wir uns den Boost geholt. den wir unbedingt brauchen, um hier erfolgreiches gewinnen zu können. So, jetzt möglichst nicht in das Öl fahren. Das wäre äußerst doof. So, und jetzt. Ja. Leute, das sitzt hier. Das hat jetzt gut funktioniert. Und ja. Wir sind, wir sind, okay, trotzdem erster Platz, aber weil der erste, das erste Rennen eben zweiter Platz war, haben wir jetzt doch, Nist, den, haben wir doch keine drei Sterne. So, jetzt musst du dir gerade überlegen, was ich sagen sollte, ne? Okay, wir haben den Cheep-Cheep-Strand. Cheep-Cheep-Strand. So. Sehr schön. Dann mal in Englisch-Version. Three, two, one. Go, 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 go. Yoshi, 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 Yoshi. Yoshi, du gehst mir heute so auf die Nerven. Jetzt ohne Witz. So. Lass deine blöden Bananen fallen. Zack. Gut. Uff. Die Donkey hier. So. Komm her. Na dann. Yo. Das läuft doch hier. Reibungslos. Ja. Ah, das war doof. Das war doof. Mit strenges An. Dass wir auf dem Ersten bleiben. So. Alles klar, Mann. So. Können viele reinfahren, ne? Wenn sie Bock drauf haben. So. Sehr schön. Das war doof. Ich hätte nichts gedacht, dass man... What the fuck, Alter. Dritter Platz. Naja. Immerhin noch. Aber die beiden müssen wir einholen. Einholen. Na mal. Ich glaube, Monsieur Est verarscht zu füllen. Uff. Das war knapp. Hätte man fast in die Banane reinfahren können. So, ihr Lieben. Jetzt reicht's mir aber. Jetzt werde ich euch einholen. Platten machen. Bis zum absoluten Ergebnis mehr. So. Na los. Okay. Wir sind erster Platz. Gut. So. Nun denn. So. Sehr schön. Und na los hier. Nein. Junge, Junge, Junge. Bleib. Ich könnte ausrasten. Ich könnte ausrasten. Yoshi, du Hurensohn. Jetzt sind wir wieder zweiter Platz. Was ist denn das für eine Scheiße? Yoshi, 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 Yoshi. Ey, Alter. Beim nächsten Mal werde ich das als Charakter erfahren. Definitiv. Das schwör ist. Ich schwör das. Sowas von. Hab da keinen Bock mehr drauf. Sowas von. Ja, also das ist jetzt wirklich ein schlechtes Rennen hier. Man merkt, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Und muss wieder reinkommen. Naja, Toads Autobahn. Vielleicht wird das ja was. Mal gucken. Joa, naja. Yoshi. Du bist ein absoluter Idiot. Das steht schon mal fest. So. Jawohl. Das läuft doch, Junge. Yeah. Sehr schön. So, dann nimm mal diese Münzen mit. Sehr gut. So, PTT. Was könnte denn das für ein Lieferwagen sein? Holy shit. Junge, 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 Junge. Na ja. Na ja. Na. Na. Okay. Die sind mir aber wieder ganz schön disst auf den Fersen. Was man dadurch ausriss, das gut erkennen kann. So. Uff. Das ist aber eng hier. Na dann. Alles klar. So, fahren wir vielleicht diesmal hier lang. Das könnte gut werden. So, jetzt einmal 9. Und einmal 10. Sehr schön. Und dann haben wir einmal... Joa. Warten wir doch einfach mal ab, bis wir die Hupe einsetzen. Das ist immer eine gute Idee. Wenn ich mal ehrlich bin. Ich finde, dass die Hupe so ein bisschen aussieht wie so eine Kamera. Findet ihr das auch? Also, so vom Aussehen her. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommis schreiben, wenn ihr Bock habt. Joa. Was denn eigentlich eure Meinung dazu ist. Naja. Ansonsten würde ich sagen, joa. Ja. Einmal 2. Platz. Einmal 1. Platz. Einmal 2. Einmal 1. Aber, Leute. Ich bin so froh, ne? Es hat gereist. Für den 1. Platz. Und da bin ich schon mal zufrieden. Auch wenn es jetzt vielleicht nur ein Stern sein wird. Wir werden es sehen. Ja, es gehört halt dazu, dass man nicht immer Glück im Leben haben kann. Von daher finde ich das jetzt nicht so super schlimm. Man muss halt so ein bisschen damit klarkommen, ne? Das ist halt auch irgendwie wüstig. Sonst. Ja. Sonst macht man sich selbst nicht zufriedener und das ist nicht gut. So. Aber nichtsdestotrotz. Haben wir... Joa. Immerhin ein Stern, ne? Kann man jetzt in das Meckern. Hätte besser laufen können. Aber was soll's. Hauptsache erster Platz. Damit sind wir zufrieden. Joa. Und dann würde ich einfach mal sagen, dass wir uns beim nächsten Mal uns einfach um den nächsten Cup kümmern. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich freue ich mich immer sehr, wenn ihr mich abonnieren könntet. Joa. Ansonsten würde ich an der Stelle mal sagen, macht's gut ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und ciao.